Kamera läuft! Endlich kann ich mal das anziehen, was ich immer anziehen wollte. Ich bin einfach je geblieben, ich war uns nie bewahrt. Ein Hemd mit so offenen Stellen. Das liegt ein bisschen nach zu Hause. Ja, wirklich. Ich muss weg aus dieser Stadt. Hast du schon Familie? Zur Mutter noch Kontakt? Schläfst du im Palast oder schläfst du schon im Saar? Ich hoffe, dir geht es gut, Marie. Ich hoffe, dir geht es gut, Marie. Da wo du bist, ist bestimmt besser. Besser als hier. Das ist irgendwie gefährlich. Ich mach dann was davon. Ich hoffe, dir geht es gut, Marie. Da wo du bist, ist bestimmt besser. Danke. Super. Wir haben wohnt in den letzten Tagen. Du bist bereit für das Endshot für deine Making-of-Video. Ja. Drei.